Wenn wir in unserem Leben Erfolg haben wollen, was spielt dabei eine Hauptrolle, Guruji? Schicksal, Gott, Anstrengung oder Glück? Oder eine Wahl gewinnen? Wenn wir eine Wahl gewinnen wollen, ist unser Glück auch wichtig. Schicksal, Gott, Glück, Anstrengung. Vielleicht alle. Aber in welchem Verhältnis? Also wenn du Schicksal sagst, ist es offensichtlich etwas, wozu du nichts beitragen kannst. Wenn du Glück sagst, ist es offensichtlich wieder etwas, worauf du keinen Einfluss hast. Wenn du Gott sagst, ist es wieder etwas, wogegen du nichts unternehmen kannst. Also das Einzige, das in deinen Händen liegt, ist die Anstrengung. Also lege 100% in deine Anstrengung. Was passiert, passiert, nicht wahr? Also überlasse nicht Teile deiner Energie und deiner Fähigkeiten dem Glück, Gott, dem Schicksal und all diesen Dingen. Das geht dich nichts an. Wenn es so etwas gibt, wird es wirken. Deine Sache ist nur die Anstrengung, nicht wahr? Tu einfach das. Anstrengung muss präzise sein. In dem Sinn, sie sollte fokussiert sein. Kalibriert. Wenn du dich nur anstrengst, ist es eine törichte Anstrengung, oder? Nur Arbeit wird dich nirgendwo hinbringen. Die richtige Art von Aktion, das richtige Timing, der richtige Ort, all das ist wichtig, nicht wahr? Damit all diese Dinge geschehen, brauchst du Wahrnehmungsvermögen und Intelligenz. Also das ist alles, was du in deinem Leben tun musst. Dich fortwährend nach Möglichkeiten umzusehen, um dein Wahrnehmungsvermögen und deine Intelligenz zu steigern. Der Rest wird sich ergeben. Das ist eine Sache, welche die Menschheit leider nicht macht. Die Leute versuchen, zu etwas fähig zu werden. Versuche nicht, zu etwas fähig zu werden. Verbessere einfach deine Wahrnehmung und Intelligenz. Was auch immer kommt, sagen wir jetzt, es ist so, weißt du, das passiert die ganze Zeit auf der Welt. Jeder möchte Arzt werden. Nicht jetzt. Vor 25 Jahren war es so. Wenn du studieren wolltest, war Medizin an erster Stelle. Wenn du keinen Studienplatz bekamst, was war das nächste? Ingenieurwesen. Du bekamst keinen Platz, was dann? Das nächste, das nächste und so weiter. Nehmen wir an, du wurdest ein Arzt. Und lass uns annehmen, dass jeder zum Yoga-Kurs kam und sie hörten auf, zum Arzt zu gehen. Zumindest sind eure Arztbesuche zurückgegangen, oder? Sind sie? Sind sie zurückgegangen oder nicht? Ganz bestimmt sind sie zurückgegangen. So wird das Geschäft weniger. Es wird keine gute Berufswahl mehr sein, denn sehr wenige Ärzte werden Ärzte, weil sie Ärzte werden wollen. Andere werden Ärzte, weil sie denken, es ist lukrativ, nicht wahr? Ist es nicht so? Die meisten Menschen werden Ärzte, weil sie denken, dass jemandes Krankheit ein lukratives Geschäft ist. Es ist sehr, ich möchte nicht auf andere Aspekte eingehen. Es ist ziemlich verstörend für mich. Es gibt ein paar Ärzte, die es wirklich sein wollen. Sie wollen das menschliche System verstehen und sie wollen in dieser Richtung dienen. Das ist großartig. Angenommen, alle würden gesund werden. Ihr wollt das nicht, oder? Ja, das wollt ihr nicht. Versucht also nicht, ein Rezept für euren Erfolg aufzustellen. Erfolg habt ihr nur, wenn ihr in der Lage seid, euer volles Potenzial zu nutzen. Es ist egal, ob du ein Arzt, ein Politiker wirst oder ein Yogi oder was zum Teufel du wirst, ist nicht der Punkt. Erfolg bedeutet, du lebst dein Leben zu deinem vollen Potenzial. Das ist es, was Erfolg bedeutet. Damit das geschehen kann, brauchst du Wahrnehmungsvermögen und eine aktive Intelligenz. Wie kann ich meine Intelligenz steigern? Mach dir deswegen keine Sorgen. Gerade jetzt ist es wichtig, dein Wahrnehmungsvermögen zu verbessern. Wenn du das Leben so sehen kannst, wie es ist, hast du die nötige Intelligenz, es gut zu führen. Wenn du das Leben nicht so sehen kannst, wie es ist, wird deine Intelligenz gegen dich arbeiten. Die intelligentesten Menschen auf diesem Planeten sind in der Regel die unglücklichsten Menschen auf dem Planeten. Das ist einfach, weil sie eine aktive Intelligenz haben, aber keine Wahrnehmung vom Leben. Also eine Sache, eine sehr wichtige Sache, an der die Menschen nicht gearbeitet haben, ist, ihre Wahrnehmungsfähigkeit zu verbessern. Sie versuchen, ihren geistigen Horizont zu erweitern. Darum geht es nicht. Das wird dich nur gesellschaftlich erfolgreich machen, nicht wirklich erfolgreich. Wenn du wirklich erfolgreich sein willst, musst du in der Lage sein, alles zu sehen, wie es ist, ohne Verzerrungen. Wenn du alles so sehen kannst, wie es ist, wird das Leben zum Spiel. Du kannst es freudig spielen. Du kannst es ganz bestimmt gut spielen. Wenn du es gut spielen kannst, werden die Leute sagen, dass du erfolgreich bist. Du solltest nie denken, ich möchte erfolgreich sein. Denke niemals, ich möchte erfolgreich sein. Achte nur darauf, wie du dieses Dasein zu einem vollentwickelten Dasein machst. Die Menschen werden eines Tages sagen, oh, er ist erfolgreich, er hat großen Erfolg. Du solltest nicht nach Erfolg streben. Es ist eine erbärmliche Art, dein Leben zu gestalten. Du wirst dir nur Schmerz und Leid zufügen und Leid für alle anderen, weil deine Vorstellung von Erfolg auf dem Kopf von jemand anderem sitzt, nicht wahr? Ja oder nein? Deine gegenwärtige Vorstellung von Erfolg ist, jede sollte unter dir sein. Du musst an der Spitze sein. Das ist deine Vorstellung von Erfolg. Das ist kein Erfolg, das ist Krankheit. Also denke gar nicht an Erfolg. Achte nur darauf, wie du dieses zu einem vollwertigen Wesen machst. Es wird Ausdruck finden. Wenn es einen guten Ausdruck findet, werden die Menschen um dich herum sagen, oh, er hat großen Erfolg. Das ist gut. Die Menschen sollen erkennen, dass du Erfolg hast. Du solltest nicht darüber nachdenken, wie du erfolgreich sein kannst, eine sehr falsche Art, sich dem Leben zu nähern. Satgurus Worte sind präzise und prägnant. Wir haben unser Bestes gegeben, um diese Worte auf Deutsch zu übersetzen. Wir bitten um Entschuldigungen für jegliche Übersetzungsfehler. Es ist unsere Absicht, anderen Menschen den Zugang zu dieser Weisheit auch auf Deutsch zu ermöglichen. Das ist unsere Absicht, anderen Menschen den Zugang zu dieser Weisheit auch auf Deutsch zu ermöglichen.